Und das ist ein ausgebildeter Sprengstoffhund. An den Druck haben die Nipperts-Nathalie, dass die letzte Woche, die ich in der Gruppe eingestellt habe, dass man bläht, bläht als eine Mali-Mutter von zwei Jahren, und das ist auch ein ausgebildeter Sprengstoffhund. Nur noch könnte für heute machen, mit dem Nero, schon ein bisschen wie in der Ellenbosch, die nur dann ein halbes Jahr, dass ein Mali-Noir den Passiv auf den Leitendruck ist. Nur noch könnte ein Joschi, und er mischt als die Kaiser Christian, der Mali-Noir, und heute feier Jahr, und er ist auch ausgebildeter Sprengstoffhund. Hier noch, ich bin der Bienvenu auf Genevieve Ladner, der Polis Nationale de Messe, mit seinem kleinen Gast, Mali-Mix des Saisons, und er ist für die Recherche d'Argent. Gleich dahinter kommt Thürk Rödermund, mit Leon, das ist ein 5-jähriger Mali-Rüde, der macht auch Sprengstoff und Schutzeilen. Dahinter kommt Oster-Alex, mit Roxy, eine Mali-Hindin von drei Jahren, auch Sprengstoffhund, und après das ist François-Julien, mit Sachs, das ist Mali de Huiton, und ich will Explo, aber ich will nicht den Tag, ich will nur Explo. Und last but not least, Friedrich Thierrier, wie du gesehen hast, das ist ein bisschen eine Art von Hund, das ist ein sogenanntes Saint-Hubert, und Friedrich, das ist ein Mensch-Mäntraining mit dem Hund. Da habe ich den, den dort noch 90 Jahre gemacht, und das fährt sich ausgebildet, und den Hund hat es gedacht, es hat für Leute zu sichern. Da habe ich von Lohau zu mir, irgendwie fortgelaufen, oder die Bekannten von Lohau gehen, da kann den Hund und einen Referenz-Gleichen-Stand prüfen, und da kann denen die Spur abholen, wie du in einer guten Person hast. Also ich so, Saint-Hubert, dem möchte ich doch auch keine Vierfeuerung, weil da müssen wir mit der ganzen Gruppe heute ganz mehr schreiben. Voilà, da sind, Tönn sich schon ganz aufgeregt, für zu schaffen. Also wir haben, in allen guten Ärzten-Bilden am Positiven, da ist Tönn nicht gestraft, für etwas, was sie falsch machen, aber Tönn ge belohnt hat, wenn sie es richtig geschafft haben. Und dafür schaffen wir mit dem sogenannten Kicker, das wird der Herr noch gesehen, also, auf jeden Fall mal, der letzte war ja, der Kicker hat das einfach wie Knallfrosch, wie der das Kanar für zu spielen hat, und wenn der Hund etwas richtig gemacht hat, dann könnte er gereicht, wenn er die Psycho an der Schule hat, der Pavlov hat das...